Hallo, ich heiße Julian und komme aus dem Kanton Zürich. Das Ziel meiner Arbeit war es, ein Fluggerät von Grund auf zu entwickeln, welches eine Thrust Vector Control Steuerung verwendet, um stabil in der Luft zu bleiben. Dafür musste ich das Fluggerät in CAD Software Design und 3D drucken, einen Flugcomputer entwickeln und einen Regelungsalgorithmus implementieren. Das Fluggerät wiegt 2 kg, ist 0,7 m hoch und hat im Inneren einen Impeller, der den benötigten Schub für einen Schwebeflug liefert. Für das Thrust Vector Control habe ich einen Gimbal-Mechanismus designt, der es ermöglicht, die Düse des Fluggerätes, wo der Luftstrahl herauskommt, in zwei Achsen zu bewegen und damit den Luftstrom umzulenken. Dies geschieht mit Hilfe von kleinen Servomotoren. Im Inneren der Düse sorgen 4 Flügel für eine leichte Verdrehung des Luftstromes, damit das Moment des Impellers ausgeglichen werden kann. Einen dieser Flügel kann man dabei ebenfalls mit einem Servo ansteuern. Des Weiteren war die Entwicklung eines Flugcomputers mit den passenden Sensoren ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Auf diesem Computer konnte ich einen hergeleiteten Regelungsalgorithmus implementieren, der dafür sorgt, dass das Fluggerät stabil in der Luft bleibt und Störungen von außen ausgleichen kann.